So Friends, hier ist ein kleines Probevideo oder ein kleines Textvideo von der HICAM S6. Das ist jetzt in HD aufgenommen. Ich hoffe das gefällt euch. Ich hoffe die Qualität ist brauchbar. Ja, ich werde jetzt einfach mal ganz gut abstehen, weil... Mal gucken wie schnell das Ding in den Nachtlichtmonos umschaltet. Okay, das ging flink. Habe ich das mal im Nachtlichtmonos? Ich weiß nicht, kann man nicht so viel erkennen? So. So. Auf dem Handy sieht das alles ein bisschen ruckig aus. Aber ich glaube auch... So. Dann können wir direkt auch noch ein paar Fotos machen. Und... Hier könnte ich auch noch zoomen. Ich weiß nicht, ob man das aus der Kamera kennt. Oder ob das einfach nur für das Handy ist. So. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach noch ein Video in SD direkt dahinter. Aber irgendwie scheint sich da nicht so viel zu verändern. Von der Qualität her. Hier auch nochmal der Nachtlichtmodus, der direkt umschaltet, glaube ich. Dann geht weiter. patronale Denn dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020